Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zu den zehnten Sprachnazis, die jetzt Rechtschreibfehler heißen. Wir haben uns umbenannt, denn Sprachnazis mochten wir beide nicht mehr so gerne und Rechtschreibfehler ist viel cooler. Dankeschön, Knight, der damals diesen Namen erfunden hat, falls du zusiehst. Ja, und dann rede ich auch nicht mehr lange um den heißen Brei herum, sondern esse ihn lieber und wünsche euch viel Spaß mit den zehnten Rechtschreibfehlern. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu den zehnten Rechtschreibfehlern. Wieder mit mir. Viel Spaß! Finde ich gut, dass du so spielst, wie es dir gefällt und nicht drauf hörst, wenn denen andere sagen, dass das scheiße ist und rumflahmen wollen. Und da hast du auch recht, wenn du sagst, dass die auch ein Key schauen brauchen. Daumen rauf! Hey Honeyball, kannst du mal bitte dein Pzodfach durchlesen im Video? Klugscheißer-Modus an. Wenn, dann müsste es der Tritt der Arbanduhr jetzt fei heißen. Klugscheißer-Modus aus. Vielen Dank für diese Klugscheißerei. War ne geile Folge und Dennis, bürste mal wieder dein Hund und das Fell und gib denen mal ne Flohkur. Nee, war nur Spaß. Geiles Video. Ich habe mich gekutt-glrt. Warum schreiben alle Video oder Video? Warum soll denn nach dem ersten I in E kommen? Das machen ganz viele. Das habt ihr jetzt auch schon ganz oft hier in den Rechtschreibfehlern gesehen. Warum ist das so? Warum? Boah, Gronkh verliert Gast immer. Aber Dennis war auch schlecht. Das mit Dennis war voll unterhaltend. Einer der geilen Folgen auf jeden Fall musste voll lachen. Baut doch mal eine Laterne, denn seht Ohr auch was im Dunkeln. Die haben sie schon lange. Die Laterne für den Rücken. Aber warum sie nicht benutzen, liegt wohl daran, dass die noch Ironie an sehr weit scheint Ironie aus. Wie heißt du auf PSN, Gronkh? Und wie heißt Sarraza auf PSN? Hast du überhaupt ne PS3? Weil immer wenn ich Videos von dir gucke, spielst du mit Xbox 360. Dann frag doch gar nicht, ob er... Mach weiter so. Hoi! Das Spiel wieder geil. Alter, wie blöd der Großteil hier schon wieder ist. Wenn schon nach diesem langen Blackstrain ein Trollface kommt, muss man sich dann noch fragen, warum man den hat? Nö. Dennis ist die Cruella de Vil von 101 Dalmatina. Ab welchen Level kann man online spielen? Es wär schön, eine Antwort zu bekommen. Und kannst du in Minecraft meinen Namen nennen? Wie... Tee... Stabon die Skyeil. Lieber Gronkh. Es gibt in Selekel Spiller auf D-Kenn. Dan, kannst du ihn schneller killen? Sag bitte von mir Arsch. Das ist aber nur ein Spaßeses. Gut, dass es nur ein Spaßeses ist. Tobi. Tobi. Tobi, riech mal. Benni erst denken, Dan reden. Jetzt krieg ich ne Rakete hinten rein. Cool, Gronki, Boy, Mai, Zocker. Übersetzen. Lass bitte wieder Benis hoch. Bitte, lass es hoch, lass... Nach 1 Minute 18 war bei Mia schwarz. Nicht 4 Stunden, 1 Stunde und mega LW nicht gucken. Das war ein Troll. Gronkh, bist du dämlich. Du bist der schlechteste Fahrer der Welt. Du kannst nicht auf Buse springen. Niemand springt auf Buse. Ja, geil, vielgeklasse, Kronk, gut gemacht. Ähm, kleine Frage an die Community. Könnt ihr vielleicht jemanden, der gute Intros machen kann? Rückmeldung wäre nett. Liebe Grüße, Mikey. Voll wie zigste. Sarraza, könnt ihr vielleicht mal so eine Challenge machen, wo ihr die IP von eurem Server bekannt gebt? Dann sagt ihr, wo ihr ungefähr langer läuft und wir Zuschauer müssen euch dann abfangen oder so? Wäre cool, wenn du antwortest. Aber wer ist Lanka und warum läuft Lanka? Wo läuft Lanka Lanka? Warum sind deine Videos eigentlich so oft unsynchron? 18,25. Toll, es ist halb eins Nacht und ich bekomme Bock auf Pommes. Antwort an sich selber. Rosa Schlüpfer ist auch ein geiler Name. Meine Mom hat eine Bekannte, die heißt so. Deren Älter wollten sie wohl nicht. Du hast, ja, klar. Du kennst jemanden, der Rosa Schlüpfer heißt. Ähm. Hey, ich weiß, wie ihr Platz schaffen könnt. Ihr müsst das Zeug auf beide Schiffe verteilen. Vielleicht in Eierfolge mal ansprechen. Wenn ihr ein Blok seid und die Leiste unten voll ist, dann seid ihr sollet. Das bedeutet, ihr sitzt so wie ein ganz normaler Blok. Sarraza's Traum ist in Erfüllung gegangen. Er hat eine M4. Dein erst fast drei Stunden Blackscreen? Gronkh, willst du Wiesen wie das Schatz von Jimbo's Gun? Äh, bitte was? Nichts. Gut gedeutscht, Bro. Ich werde morgen auf dem Server sein. Dem 10.03.2014 von 14. BIE 22 Uhr. Ich bin 22 Jahre alt und werde mal schauen, was Sarra so los ist vielleicht. Trifft man die Jungs an, man weiß es nicht. Ich werde sie suchen. Bin in einem Daisy-Clan. NF Manu ist dort mein Name. Wie gesagt, spiele seit Arma 2 Daisy. Und habe sehr viele Erfahrungen und viele Tipps für alle. Liebe Grüße der NF Manu LP. Ich weiß nicht, ob das da wirklich drunter steht. Da ist ja schwarz markiert, ne? Aber er heißt ja mit seinem Clan-Namen NF Manu. Und dann, naja, ist auch egal. NF Manu LP. Ich bumm's jetzt den Sittich. Verräter. Seit wann zockst du diese Spasten-Konsolen? Wie tief kann man sinken? Konsolen schaffen doch nichts und sind nur für Idioten da. Scheiß Konsolen, ey. Ich spiel nur auf meinem C64. Geil! 1856, Alter. Da ist ein Mann im Busch. Ha! War das jetzt ein Orgasmus oder was? Das Video war nix gut. Euer Comments sind oft lustig. Aber das war's auch naja. Es lohnt es nicht mehr. Warum legt sich mein Charakter sofort hin und kriegt, wen ich stehe nach vorne will gehen? Hilfe. Pflz. Oh mein Gott, wie geklaut. Das von dem besten YouTuber Dollar-Ever-PewDiePie geklaut ist. Such dir eigene Sachen, du Kackbuss. PewDiePie hat da Spiel erstellt? Gronkh, zieh das Hündchen-Kostüm aus oder ich nenne dich Miss Chicken Wing. Hashtag supergeil. Aber wo ist die LPD-Folge vom letzten Freitag? Trettet am Rumpi mal in dem Hintern. Gronkh, wie ist Ihre Stellung zu der Unfähigkeit Sarah Zahas in Daisy? Bitte äußern Sie sich vor Gericht. Gronkh, mach doch mal ein LP von Brickforce. Das ist so ein Minecraft-Shooter. Es würde mich sehr freuen, wen du es machst. Nicht wem? Oben rechts. Das bei der M16 ist ein zweites Magia-Ziehen zum schnellen Nachladen. Wo ist das Stückchen? Wo ist das Stückchen? Arma Dennis. South Park Rolls. Ihr solltet an Noob, solltet mal üben. Tonsur ist verzögert. Scheißes Spiel. Das waren die zehnten Sprach-Nazis, die jetzt Rechtschreibfehler heißen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Wir sehen uns am nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Checkt doch mal die LPs aus von mir und von Patiputa, von Patiputa und mir, von mir und mir und Patiputa und Patiputa. Und ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüsschen. Warum ziehe ich das Gesicht dann so? Tschüsschen. Ach, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Es war mir eine Freude, mal wieder da zu sein. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Habt ihr mich vermisst? Schmeißt es in die Kommentare, ob ihr mich vermisst habt. Aber ich bin ja immer noch gehandicapt und trotzdem bin ich wieder dabei. Weißt du, das ist ganz alt. Also, nee, weiß du, das gibt's gar nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ab welchem Level kann man online spielen? Es wär schön, eine Antwort zu bekommen. Und kannst du in Minecraft meinen Namen nennen? Nennen? Das war ja doof. Alter, wie blöd der Großteil hier schon wieder ist. Wenn schon nach diesem langen Blackscreen ein Toll- Ein Toll-Face. Alter, wie blöd der Großteil hier schon wieder ist. Wenn man schon nach diesem langen Blackscreen ein Toll- Mann. Das ist doch ein blöder Kommentar. Ja, da schreibt mir gerade der Rainbird, dass er gerade hier die Rechtschreibfehler aufnimmt. Ich übrigens auch. Schst. Panty Butter. Das Video. 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 Lieber Gronkh. Es gibt in Seleckel Spiller auf Dicken Dan. Kennst du ihn schnell fast? Der ist gut. War eine geile Folge. Und Dennis, bürste mal wieder deinen Hund das Feld und gebe dann mal eine F... Dich. South Park Rolls. Rolls Rolls